Ja, hier seht ihr gerade einen kleinen Trailer zu einem neuen Projekt, das bald starten wird, aber das ganze Projekt wird nicht auf meinem Kanal kommen, sondern auf dem Kanal von Elrong, weil ich euch ja nicht zuspammen möchte, aber ich möchte euch hiermit sagen, dass ihr gerne bei Elrong 2 beischauen wollt, da bin ich auf jeden Fall in diesem Projekt dabei und das höre ich den Kanal-Link in der Videobeschreibung und ja, dann genießt mal den Trailer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.